Das nächste Team, Gigant, ich wusste gar nicht mehr, dass er streamt. Hä? Mit Bra... Wenn ich meinen Freund besoffen auf der Feier treffe... Hey, na? Wie geht's dir? Alles fit bei dir? Oder was? Oder was? Ja. Wohl süß am Anfang. Guck mal, jetzt merkst du schon bei dem nächsten... Alles fit bei dir? Alles fit bei dir? Oder was? Ja. Ich habe letztens meinen Song aufgenommen im 43,9er. Du, das war eine ganz andere Stimme, Florian. Da hat deine Mutter sich auch beschwert. Da war die lange nicht so s*** wie sonst. Ja, interessante Sichtweise. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Es macht statistisch gesehen alles Sinn. Ich habe es nicht mal verstanden. Ich lache mich einfach nur gerade über Farid Ben kaputt. Was macht der da die ganze Zeit? Interessant. Weitere Fragen? Auto springt nicht ab. Dicke, der betet einfach, damit der einen Peck zieht. Dicke, was ist los mit den Leuten? Sag mal, kommt Eto. Dicke, was geht denn ab bei den Leuten? Alter, wirklich. Ronaldo! 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 Er hat sogar noch Ronaldo gesungen. Sie sind unglaublich hässlich. Wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. So Leute, wie ihr seht, mein schwarzer Bruder kann sich leider keine Schuhe leisten. Der muss leider Flasche oder so anziehen. Keine Ahnung. Die Frau sieht, dass die läuft. Die läuft und holt sich neue Schuhe. Für meinen Bruder. Auf jeden Fall, mein Bruder drehe ich um. Das ist so schlimm. 3,99. Was für Mann investiert 199? Investiert man direkt ins nächste Tor. Was ist das? Tipico? Paui, direkt ins nächste Tor. Guck mal, er denkt, da hat Tipico seine Mutter gebeten. Er denkt, er hat Tipico durchgespielt. Er gibt jetzt so Kurse und so, wie wir bei Tipico auseinandernehmen. Dann investiert man direkt ins nächste Tor. Paui, direkt ins nächste Tor. 3,000. Und dann hat man das. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Hallo. Hallo. Schöne Katze haben Sie da. LKW-Fahrer. Oh nein, Digga. Er hat eine komplette Kabine gebaut, weiß nicht. Junge, er lebt, glaube ich, anders. Hier, American Truck Simulator und so. Ich glaube, er lebt das einfach anders. Junge, what the fuck? Boah, der ist echt so noch so ein indischer Trucker mit so Vorhängen hier und so. Am Ende, der hat noch so ein... Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich übel sick. Es gibt ja auch Leute, die haben so mehrere Bildschirme. Die haben ja wirklich ein, also komplette Fenster von einem LKW ausgebaut. Bei einem Flugsimulator. Gibt es auch Leute. Die haben ein komplettes Cockpit von einem Flugzeug bei sich zu Hause stehen. Also, liebes McDonalds, wenn du schon eine Currywurst machst, dann müsstest du eine Gabel mitgeben. Ich meine, es ist gut, dass ihr schon lange... Boah, ich finde das so ekelhaft. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das einfach absolut ekelhaft. Die Nägel, ich kann das so essen, aber andere haben uns nicht. Ich habe mal eine ernst gemeinte Frage an dich. Ich weiß nicht, warum ich finde das nicht geil, irgendwie. Du sagst ja immer, du bist nicht Haram, aber... Ja, lange ist schon okay so, aber das war ja gerade anders. Das war ja gerade anderer Film. Du rauchst Kippen, trinkst Alkohol, gehst feier. Nein, Bro, bei Kippen und Alkohol, das geht in so eine andere Kategorie rein. Das ist dann nicht Haram. Aber lass mich raten, du isst kein Schweinefleisch. Boah, übertreibt mal nicht, was man gemacht hat. Das ist jetzt echt so... Krank, Bruder. Aber du weißt. Es ist eigentlich sad, aber es ist halt leider wahr. Schambleiben, was ist da gerade passiert? Oha, ich habe schon mal angefangen zu reden, ja? Hä? Weißt du, was ich meine? Ich bin ein Haiwan. Weißt du, was ich meine? Von meiner Statur, rein von meiner Statur. Alhamdulillah, ich bin nur ein Haiwan, weißt du? Was jetzt... Alhamdulillah, ich bin ein Haiwan. Leute da versuchen zu interpretieren, Bruder, weil irgendjemand mal irgendwo... Nimmst du die Red Bull-Dose mit? Ja. Tschüss. Tschüss. Da waren 25 Cent. Fanta-Fammer. Binniert. Irgendwie sind ein bisschen weird schämt, die Memes in der Folge. Wie ich meine Geburtstagskarte lese, während ich so tue, als hätte ich das Geld nicht gesehen. True. Es ist so wahr, Digger. Es ist super. Ein auf so... Ja, das Geld interessiert mich doch gar nicht. Mir geht's da drum, was sie mir da reingeschrieben haben. Es geht um die lieben Worte, die sie mir gewidmet haben. Lag halt zum Haun. Das Geld wirft den Brief weg. Sei ruhig. Eli, wir haben einen da- Dabei fraue ich aktuell für neue Felgen. Oh mein Gott Papa, kann ich mit den Jungs ein bisschen rausgehen? Ja, brauchst du noch Geld? Ja, so 100 Euro, oha Oha Also, real talk 100 Euro hab ich nie gefragt zum rausgehen Das höchste war, glaub ich, mal 50 Euro Wenn ich auf Klassenfahrt gegangen bin, dann hab ich 100 Euro mitgenommen Ja, man, auf Klassenfahrt hab ich 100 Euro mitgenommen, aber sonst nicht Niemand Doppelpunkt Monte und Memo, wenn sie Frauen sehen Diese Fußmatten haben miese Drip Ist halt echt so, ne Ey, ihr Menschen habt einfach so einen dicken Lammbo zu Hause Und dann tut ihr einfach diese Fußmatten rein Ja, sorry, Mann Ich weiß nicht, warum ich gemutet bin Ich weiß doch nicht, warum Ich weiß auch nicht, warum YouTube sich dazu entscheidet, einfach das Video zu muten Zick, Mann Das wär übelzig Baba, ich bin jetzt ein Mann Und will bald heiraten, Baba So, Kinder Wer hat Hausaufgaben gemacht? Yalla, Manuel, komm nach vorne Was willst du von mir? Ich weiß doch gar nicht Ich sag ja so und so und so Der sagt ja so und so und so Ich sag nein, so und so ist nicht Ich hab gesagt dies, das, tralalala Ich hab gesagt so und so und so Nein, so und so ist nicht Was willst du von mir? Was willst du von mir? Hier bin ich Und wir kämpfen wann und wo du willst Du und ich Mann gegen Mann Drei Backpfeifen Patsch, Patsch, Patsch Jetzt liegt er auf der Couch, Digga Und dann lag der da Animus in Beast Mode Und dann lag der da Animus in Beast Mode Das war zu gut Wirklich, das war sehr stark Ich wiege mich vor Vor dem Kacken und nach dem Kacken Ey, ich sag ruhig ehrlich Ich will nicht sagen, dass ich das noch nie Ich hab's noch nie gemacht We talk What the fuck Auf jeden Fall so einen geilen Fuß Weil heutzutage Fußfetisch ist richtig krass Ne, übertrieben momentan Keiner gibt's, aber jeder hat Fußfetisch Über, fast jeder Ekelhaft Willst du nicht, dass jemand gepflegte Füße hat? Ich rede doch nicht mit dem Fuß Auf meine Beerdigung Jemand schich, Junge Guck mal, diese Chaya Boah, wie er kämpft Original, ich immer nach der Schule im Bus Ich hab auch so oft einfach meine Bushaltestelle verpennt Und bin so drei Stationen weitergefahren Einfach, weil ich im Bus gepennt hab Wie sonst was Ey, das war so räudig Einmal bin ich auch aufgewacht Und hab hier komplett alles voll mit Sabber gehabt Und alle haben mich angeguckt Ey, das war so peinlich Willst du nicht, wenn du nicht Bis zum nächsten Mal.